... die Sportartgaben eingeführt. Martin, wo wir hier schon das Wort ergriffen haben, wir würden dir gerne ein dickes Dankeschön aussprechen, dass du uns hierher heute Abend eingeladen hast. Uns war klar, dass der Abend großartig wird. Ach, wie ist denn so? Hättest du gesagt? Never ever! Hättest du das gesagt? Never ever! Tina würde sagen, Wuppa! Wuppa! In dem Sinne würde ich sagen, hier, lass uns jetzt nochmal so richtig gehen. In dem Sinne würde ich sagen, dass du das Wort ergriffen hast. In dem Sinne würde ich sagen, dass du das Wort ergriffen hast. Und wir rollen, 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 an den Ring of God. So wir rollen, 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 aufhören, aufhören, Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht mehr Musik 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 I keep a lot of plates in my place I'm not the other pain that you can't reach I've got a sword to cross out of the city Till my life's not out of sight I keep a lot of plates to the rest So we're down high, we're gonna keep on, we're gonna run it, run it, run it, run it, run it on the river. So we're running, running, run it on the river. So I'm too, 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 too. Es hat eine geile Truppe. Es hat eine geile Truppe. Ich möchte euch noch einmal eine andere Vorstellung. An der linken Truppe. Schmerz, da holen wir gerade. Er hat fast den geilsten Bart in der Welt. Ab was, Mr. Jens Meidelberg. Er hasst es, wenn man ihn sieht und er hasst es, wenn man ihn auch sagt. Aber heute macht es mein Künstler. Und ich gebrauche einen ganzigen Applaus für Mann am Schnallzeug, Mr. Julian Lübel. Rechts von mir. Ein neuer Mann bei uns in der Band. Gab jetzt ist er dabei. Die wieder vom Mr. Torsten Schick. Sie ist die schönste. Und sie kann am stärksten trinken auf der Welt. Sie trinkt alle in der Füche. Alle Tasten. Luisa Kaffer. Wir haben die Rede am Start. Ab 6. Volt. Mr. Stolz-Winstra. Und der Mann, der die Haare ins Langeboten hat, an der Posaune. Mr. Basti Schreiber. Und der Mann, der die ernsten Wege auf sich genommen hat, aus China. Er ist geflogen. Aus China. Mr. Shangau. Jetzt wird es heiß. Kreist euch zusammen. Kreist euch nur noch. Es wird heiß. Ganz viel Applaus für Kim Delleco. Ihr werdet es nicht glauben. Er ist das zweite Mal auf einer Bühne. Cosmo-Song. Mrs. Finale. Miss Germany. Ja. Rap feiert. Sieg regnet. Come on. Am Mistbohin hinten. Ohne ihn. Wer die ganze Sache heute scheiße. Halles Ucke. Anziehen mich. Hier im Graben. Hinter uns. Mr. Hendrik Pedersen. Hey, nur weil ich ihn sehen soll. Ihr dürft mal lauern werden. Henry Pedersen. Ruben. Ruben, komm auf die Bühne. Ruben, komm. Hüsste. Huren, Kratz. Er hält die Bühne zusammen. Dankeschön. Von der CD-Kaserne. Mit einer Technik. Hannes. Jetzt muss ich mich auch... Die Frau am Licht. Ich hab den Namen vergessen. Die Frau am Licht. Applaus für die Frau am Licht. In dieser Flasche kommt Mara Whisky. Am Mörnstein. Die Frau, die alles mit mir aushält. Die mich hält, die mir Rückendeckung gibt. Die beste Frau in meinem Leben. Freddy. Ohnein. Was soll der für den kackenden Abend? Die Frau am Halsch. Morty Tonell. Warte mal. Wir haben den gerade nicht auf der Bühne. Aber nochmal Applaus für Steve Brown. Applaus für Hyper Blues. Applaus für Walter Blues & Bass. Wir sehen uns gleich drüben zum Saufen. Ihr seid dabei, ne? Ihr seid dabei. Ihr auch. Ihr auch. Okay, okay. Here cute. Ihr seht euch. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020